Hallo liebe Villa Vitalkämpfer, ich bin Luise Malzahn und ich sende euch ganz ganz viele Grüße. Ja, Corona-Zeit verlangt uns gerade viel ab. Wir können leider alle nicht Judo machen, wie wir es gerne hätten. Auch ich bin mit meiner Trainingsgruppe noch auf ganz viele, ja muss noch ganz viele Beschränkungen beachten und wir sind auch noch ganz weit entfernt von normalem Judo-Betrieb. Deswegen meine Bitte an euch, bleibt stark und versucht kreativ zu Hause im Training zu sein, was ihr machen könnt. Haltet euch athletisch fit, fit im Kraftbereich und auch dieses harte Training wird sich irgendwann auszahlen, da bin ich ganz fest davon überzeugt und ich denke auch, dass wir uns schon bald sicherlich auf der Matte wiedersehen und dann sicherlich über diese Corona-Zeit nur lachen, weil das ist nur eine ganz kleine Zeit jetzt in einer ganz großen Sportlerlaufbahn. Und deswegen bleibt stark, ganz viele liebe Grüße und sicherlich bis bald. Tschüss! 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 Vielen Dank.